Ich habe mir, da ich mir jetzt einen Rechner bauen will, habe ich mir was mega sinnvolles bestellt. Naja, ob es so mega sinnvoll ist, weiß ich nicht. Naja, wir machen es mal auf erstmal das Päckchen. Hier haben wir ein antistatisches Armband. Mal gucken, wie das aussieht von Trixis. Trixis Digiflex aus England. Das ist auch mega günstig. Ich habe es mir halt nur gekauft, weil ich mir jetzt einen Rechner bauen will und jedes Mal das Gehäuse einzufassen oder sich irgendwie anders zu entladen. Das Armband nimmt man einfach so. Oh mein Gott. Okay. Was für ärme, arme ist das denn? Ich habe doch hier eh schon so einen kleinen Zack. Dann an den Rechner und schon ist man immer ständig entladen. Es ist auf jeden Fall eine ganz gute Erfindung. So früher als ich angefangen habe Rechner zu bauen, gab es sowas noch gar nicht. Da musste man sich immer so entladen. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link ist wie immer unten drin. Bis denn dann. Tschaui.